Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten video es geht auch mal wieder um den dragon ball fighters Turniere wo wir natürlich auch neue news bekommen wegen dragon ball fighters vor allen dingen und einmal wegen dragon ball projekt ob wir es trailer bekommen oder nicht weiß ich jetzt nicht aber Auf jeden fall gucken wir uns mal an was die news uns bringen also Hier stehen die hotel informationen falls das wichtig ist aber denke ich mal nicht Wir gucken uns mal hier an T-Shirts gibt es da zu kaufen was ist da ist jetzt nicht so wichtig super super trading cards gibt es da zu kaufen Erstmal gar nicht die special guest also die spezial gäste sind die Sprecher von zungoku und vegeta Und die sind dort an sonntag Unterschied hier noch mal more dragon ball news also mehr dragon ball neuigkeiten mehr neuigkeiten werden Angekündigt für dragon ball fighters und dragon ball game projekte Ja ob wir da ist ein trailer bekommen oder nicht also ich bezweifle ehrlich gesagt dass wir da ein trailer bekommen aber ich denke mal Dass wir da ein paar bilder screenshots teaser bekommen auf jeden fall Ja wir gucken uns mal weiter an so die plan also platz 1 zu tief Finale ist natürlich die 10.000 dollar das ist schon eine menge kohle für Bis zocken Ja Da ist schon mal sehr gut Ja man könnte sich hier man kann sich registrieren die sq was ist genau sq heißt bin ich mir zu 100 prozent nicht sicher wenn er mal drauf gehen Das sind die kann man sagen das sind Sozusagen teams Beziehungsweise nicht teams Und dann du viel spielst jetzt in dieser Lobby und wenn du raus bist ja gut bist du halt raus ja ja die zeit mit erst mal wichtig Beginnt natürlich am samstag am 26. Januar wir gucken noch mal eben Ja richtig am 26. Januar das heißt um 10 Uhr morgens beginnen die türen zu öffnen Dann spielt ACQ 1 Beginnt also heißt die ich denke mal diese In der ACQ 1 werden alle gegeneinander spielen So kann ich mir das so vorstellen falls ich irgendwas falsches sage tut es mir leid Guck mir echt leid dann Korrigiert mich gerne Dann 10.30 bis 13 uhr Ich lese jetzt in den deutschen zeiten vor Dann beginnt die ACQ 2 15 also um halb vier Nachmittags beginnt die ACQ 3 Und um 18 Uhr Die ACQ 4 Das heißt also Ja Dann um 9 Uhr Abends Event Day 1 Concludes Was jetzt Concludes heißt Bin ich mir gerade immer sicher Ah genau Also Concludes heißt schließt ab Also das heißt um 9 Uhr ist es komplett wieder vorbei So Da haben wir jetzt also das heißt problem Irgendwann Etwa In diesen zeiten Werden Vielleicht Etwa diesen tag News zu Dragon Ball Fighters eröffnet Er verkündet Oder erst am sonntag Am 27 januar Heißt um 10 Uhr öffnen die türen Um 11 uhr Beginnen die finale Das finale Und um 7 bis 7 uhr Abends Also bis 19 Uhr Wird das ganze laufen und irgendwann in diesem zeitraum zwischen hier und hier und hier Werden die Dragon Ball Fighters News plus Dragon Ball Projekt Z News angekündigt Wann das jetzt genau sein wird ich werde mich natürlich noch informieren Ob es da jetzt wirklich einen genauen Zeitpunkt gibt weil mich interessiert ehrlich gar nicht so die ganzen Kämpfe Mich interessieren ja eigentlich nur die News Denke euch ja auch Manche auch auch das komplette Event Weil ich habe eigentlich auch gar keine Zeit von morgens bis abends wegen so ein Event am PC zu sitzen und dann Verpasse ich dann sagen wir mal ich bin gerade eine halbe Stunde weg und dann verpasse ich gerade das wichtige das wäre echt ärgerlich Was natürlich machen kann wenn ihr das möchtet ist das stream Wo findet ihr das ganze werde ich euch in die kommentare verlinken Dort Sag mal so Dort geht ihr auf diesem kanal Twitch Dragon Ball Fighters Ihr seht ihr auch schon ist schon das bild Und Ja Da findet ihr das ganze Ich werde es auch streamen wenn ihr das möchtet Und Ich würde mich echt freuen wenn ihr darauf bock habt schreibt es mal in die kommentare Wann hat wie gesagt genau die news kommen werde ich mich noch informieren Und checkt mal die kommentare öfters ab dort werde ich es dann reinschreiben dort werde ich kein neues video machen Aber ja das waren jetzt erstmal so die news die ich heute habe für euch Ich hoffe sie haben euch gefallen Hau da rein bis zum nächsten mal und schreibt es wie gesagt in die kommentare und ciao Patchwork out it e it e e e e e Outro